Applaus Das wird auch so sein Und ein Stückchen Wein passt immer besser Frühbegründer ist Ihr Lieblingswein Ja, wir kommen jetzt zur Übergabe der Hinsichtlin sozusagen, der Krone Das ist für uns normales Ja, ja Jetzt habe ich den Mikro-Ständen drauf Ja Ja, ja Applaus 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 Die Hinsichtlinie Das ist ja 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 Vielen Dank. So. Sie sind der Meinung, das ist Spitze! 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 Liebe Julia, du hast gerade bei der Fachbefragung so überzeugend geantwortet und Fachbezogenheit gezeigt. Also Fachwissen gezeigt, das ist also schon eine tolle Leistung gewesen mit einer Sicherheit, mit, wie soll ich mal sagen, auch rhetorischer Vorrang. Also das passt schon irgendwie, denke ich mal, weil ich auch den Vater und die Eltern kenne, weil die schon ab und zu weit vom Stamm und von irgendjemandem muss das ja haben. Also ich wünsche dir ein wunderschönes Jahr, viel Erfolg, viel Spaß, viel tolle Termine und damit du eben halt auch diese Termine hervorragend wahrnehmen kannst und vor allem pünktlich ankommst, haben wir eine Neuerung. Wir haben einen Partner, der heißt Autohaus Mönch und dieses Autohaus Mönch in Altenahr hat ein Auto zur Verfügung gestellt für zwölf Monate. Hier ist der Herr Mönch. Sie darf also zu allen Terminen, ähm, ja, das ist eigentlich jetzt zwei Monate hier das Auto, ne, bis zur nächsten Proklamation sozusagen. Also ein Scirocco, ein VW Scirocco, ein VW Autohaus aus Altenahr, Herr Mönch, übergibt jetzt hier den Schlüssel ganz offiziell und viel Spaß dabei, fahren wir bloß nicht zu schnell. Der Scirocco soll sehr schnell sein, ähm, ich weiß es, ich bin noch nie gefahren, ich passe nicht so richtig rein, ist so tief das Auto, aber du passt da hervorragend rein, wunderbar, viel Spaß damit. Ich möchte auch sehr herzlich gratulieren zu der Arbeitkönigin, wir haben freut mich sehr, dass ich den Vater zur Verfügung stellen kann und wünsche dir allzeit gute Fahrt damit. Und Walter, da ist keine Anhängerkupplung dran. Ich darf jetzt das Wort übergeben an Herrn Verbandsbürgermeister Achim Haag.